Heute ist Samstag, der 31. Juli. Hier steht die Steffi am Steuer. Wir haben eine leichte Bohrer. Wie schnell sind wir denn? 10.1. Das glaube ich euch nicht, oder? Ja, eben warst du noch 10.3. Steffi sagt 10.3. So, und da hinten schlafen alle die ganzen X-Tirolsen. Der Rimmstrahl ist auch unterwegs. Ein bisschen hinlegen hier. Jetzt mal den Regenbogen filmen. Kommt mal jemand bitte den Orden auf. Dann nehmen wir die Kamera. Kommt mal rüber. Dann nehmen wir die Kamera.